hallo und herzlich willkommen zurück zu grounded so wir sind zurück aus der ecke mama aus die ameisenhelme gibt ja keine punkte erstellen puppen leder ok und bienen töten das gibt ein raid oder flex dazu genäht das doof okay wir haben jetzt 21 22 können wir gleich ins bäckchen gehen so tötebiene fünf stück kommen wir da vorbei er nicht mehr gut gehen wir zuerst mal in die haja die da ist alles noch irgendwann umbauen muss wohl sein so trinken essen habe ich doch bestimmt noch über habe ich sogar noch mal beide ich drücke immer die falschen tasten hier ist leer hier ist leer oder das ist nicht gut hier ist noch einer drauf den können wir uns mitnehmen habe ich noch ein inventor aber ich nicht brauche aber der bitte nee das ist ein klebriger smoothie das andere war klebriger was war das jetzt muss ich noch mal gucken hier das war klebriger öko power wo ist jetzt jeder unterschied kann ich denn öko power überhaupt herstellen den habe ich hergestellt klebriger smoothie habe ich doch gar nicht hergestellt kann man gar nicht herstellen geht ja nicht nur was anders nicht mal mehr okay so dann ja was haben wir heute vor wird mal behaupten wollen dass uns noch salz fehlt dann fehlt uns noch ein boss dazu müssten wir wieder zurück und die ameisen rüstung nehme ich jetzt zum dritten mal mit und erinnert mich dran hat hier ist die tür erinnert mich daran dass ich die dann wirklich oben hin macht also die die nicht tausend mal mit nach unten nehmen macht er so gar keinen sinn andererseits warte ist die kaputt nörd ist wohl gut dann können wir sie so mitnehmen wenn sie kaputt gewesen wäre hätte ich sie nämlich aufgehangen von unseren rüstungsstände und kaputt ja die rüstung passt noch einigermaßen so was muss ich denn aufgaben jetzt noch mal machen bienen jagen haustier ameisenhelm und handwerker puppenleder ja dann dann müssen wir ja sowieso nach oben wir müssen uns noch ein paar puppen besorgen da unten läuft so habt ihr sie gesehen da ist nicht mit bomben werfen ich brauche diese treppe aber da müsste man mehr raus bekommen aus der weil guckt euch noch mal wie schwierig die eigentlich her zu besiegen ist und man kriegt das gleiche raus die bei normalen wolfsspinne zusätzlich kriegt man noch ein bisschen pilz auswuchs aber pilz auswuchs will dann gehe ich in die vergiftete zone und hat mir da die pilze kaputt oder ist doch so oder nicht ja ja meckern auf hohem niveau da schwebt so und das ding muss ich ja auch noch mal umbauen weil das geht ja hier durch das hohe gras und ich bin mir nicht sicher ob ich das gras hier alles weghacken kann ganz versuchen das werden wir dann auch ausprobieren eine biene am brust rausnehmen ohne freundlich wunderbar nicht gut und ja hier so ein turm zu bauen auch nicht gerade gut mache ich als erstes wenn ich hierher kommen normalerweise voll da passt so jetzt ist es da ich gehe als erstes immer hier rein gucken ob ich irgendwas höher höre ich was ne gut kein käfer allein da okay dann nach fusseln ausschalten vielleicht eventuell gibt es denn so sind und nicht weil ich war ja letztens erst hier ne naja da ist nichts weil schneck dann geht es weiter erst mal war verwechseln ein schwierige käfer vielmehr termiten sowas gehören termiten zu ameisen ich glaube nämlich nicht termiten gehören glaube ich nicht zu ameisen jeder schauen wir mal der könig wieder da ist man jetzt habe ich zu wenig öko power mit ach man super vorbereitet echt super nichts zum essen dabei ich habe dich gehört ich hatte sie gehört in den glitzer käfer so die richtung ne genau ich bringe darauf ein gummi oh man die muss ich erst platt macht wo ist er das ist die auch vergessen habe zu scannen am anfang auch witzig oder naja witzig vielleicht nicht aber ungewöhnlich auch nicht ungewöhnlich weil die sind so klein wer denkt denn daran die zu scannen so los geht's ab hinein und ich möchte bitte nicht aufgehalten werden nicht denn darum was die stadt also als die salz liegt hier nicht rum ja ich würde ich ja ich sollte vielleicht mal ein lämpchen anziehen so sind die ganzen käfer hin hallo da ist ja ja immer schön aus dem weg gehen ich suche nur euren boss ja ja ich will dann nur kurz mal scannen wenn er denn da ist oder ist er da ich weiß auch nicht was eine einmalige gelegenheit mit dem boss ist ja immer noch nicht da glaube ich da nicht das ist eigentlich wenn ich hier lang gehen was finde ich denn da spinnen geräusche dann ist hier halt auch nichts er ist nicht da habe ich den vergessen zu scannen ich irre was machen die die toren hier so in der luft rum und das war's ne ach männer mir fehlt doch nur das eine was zum teufel war das hier greift irgendwas durch die wand mich an ich nicht gut woher kommt die denn her wie kommt er die hierin so nicht gibt schaden war das knapp war das knapp hier noch ein paar holz splitter mitnehmen vielleicht für den bogen moment 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 das ding nehmen so war das nicht geplant wie kommt die denn darin ist das euch auch schon mal passiert unfassbar ja und das doof ist ne ich muss ja meine rüstung total komplett er aufgeben wenn ich das hier so machen will ich suche salz ein paar dinger mitnehmen aber immer gut gebrauchen für die splitter feine hier bekanntlich sehr gut sind weil ich gucke mich hier mal um gleich hat sich ja was geändert ja die viecher die mag ich nicht ja schon wieder eine spinne hier ist da kann man ja machen jetzt geht das wieder los jetzt kommt die hier durch ne unfassbar da komme ich jetzt hier drin springen springen ducken springen ducken was will denn die von mir du bist so rum wenn ich die so treffen naja bestimmt nicht mehr ja komm ich nehme die mal mit wenn sie jetzt hin wenn sie jetzt hin man kann man kann kommen guckten vorwärts springen da kommt so angesprungen gut so die will ich nicht muss jetzt nicht sein das muss nicht sein aber das wusste ich deren radios ist riesig echt komm jetzt her sammle dich nicht ein kann ich für nix gebraucht muss eigentlich der tropfen läuft ja immer hier ins wasser wasser das wäre ich doof ok ok mal hier lang truff war ja auch noch nie stich heftig hier kam ich durch ne studien hier auch falsche waffe falsche waffe muss aber so gehen die garду hier dich nicht nehme ich mal mit ich ja da unten nicht pw wo bitte wo genau da am axt stiel ne da komme ich ja nicht hin das recht doof das auto und die kann ich ja nie im leben einsammeln ich will ich irgendwo landen ja dann hat sich das ja wohl erledigt das hier war hier schon mal muss ich wieder umsatteln warte durch die 1 da kommt dreimal daneben ja dann war das nicht sehr erfolgreich bin ich nicht gut nicht gar nicht gut das war ich jetzt hier oben noch gras weg hatten was kann ich machen ich hier durch komme ab zur seilbahn und dann das gras weg knüppeln hacken schlagen kaputt machen so eine energie geht langsam hoch gut gut leder larven dingensbums sind die auch schon wieder da dafür brauchte ich eine keule mich die zuerst kaputt ja geh weg ich bin halt tot weg das war noch nicht da weil ich verstecke dass ich wieder keine ahnung im zaun äh im stein oder so ne schießt meine pfeile nicht durch die gegend die brauche ich noch wo jetzt wo sind denn die jetzt alle ist ja noch so ein ding toll die halten aber auch wort aus wenn nur der termitenkönig erst born einfach nicht mehr und gemein es ist gemein er mit meinen fallen das waren 21 wo sind sie hier auch noch welche jetzt sind es 17 nein sondern die anderen die sind echt weit weg geflogen da war ich wohl zu langsam noch einer sommer steckt sich wunderbar immer hier hinter den gras dingern um der t raus nochmal das war nicht mehr eine aufgabe ich wollte ihr so ein ding abschießen da nicht auch noch ein pfeil er wird nicht bei 20 kann ich mit leben ja alles klar was zum teufel hat da hinten schon wieder gewackelt da steckt ein pfeil oben in der decke nein das ist doof die noch ja das war klar und den noch so erst meine wertvollen pfeil einsammeln okay der pfeil ist weg ging hier noch welche rum nun habe ich 18 bei fehlen zwei pfeile fehlen hallo wo seid ihr heile ja dann eben nicht vielleicht liegen ja unten noch welche was einer müsste so außer pusten sammelt die gleiche ein wenn ich weiß was ich einsammeln kann was nicht die splitten ja so auf und dann liegen hier tausend teile rum und man kann nur die hälfte einsammeln so puppenleder wenn ich die aufhänge wird es nicht funktionieren so jetzt kann ich einfach da liegen noch welche liegen noch welche und da liegen das viel puppenleder machen so und jetzt ab dafür aber ich glaube das machen wir beim nächsten mal ich komme wohl nicht mehr dazu da hinten alles weg zu hacken okay dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir haben jetzt 15 uhr 48 wird sowieso nicht funktionieren ich muss die nacht hier bleiben und muss ja dann morgen in aller frühe los gut ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns morgen gehabt euch gut und hör zu nein tschüüss